Ok, wir fangen jetzt einmal an, und für das YouTube-Video. Hallo meine Lieben, willkommen zur großen Verlosung der 2 Tickets zum Diversity Ball. Neben mir sitzt Monika Haider, die Ballchefin, gell? Ja, Ballmutter wäre ich auch genannt manchmal. Da hat man überlegt, hat das damit zu tun, dass ich so alt bin? Ich glaube, das kommt nur vom Opernball. Und da hinten haben wir noch die Kamera für Facebook Live. Ich glaube, wir müssen ein bisschen lauter sprechen, damit die uns auch hören. Gut, das machen wir. Also, das ist jetzt die Monika, die Ballmama. Die Ballmama, genau. Und wir sind heute hier mit am klitzekleinen Topf, wie ihr seht. Ich zeige einmal, was da drinnen ist. Da sind viele Karten drinnen. Da sind alle Namen von Leuten, die kommentiert haben, auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube und auf Twitter. Und aus denen wird jetzt ein Gewinner gezogen. Wir werden es aber so machen, dass wir insgesamt 5 Leute ziehen, damit wir sicher wen erwischen, der dann auch Zeit hat, und jemanden, der auch wirklich mitgehen kann und möchte. Genau. Dazu bitte ich dich rühre noch einmal kräftig um. Jetzt machen wir das mit dem... Oh, wie das rühren? Die auch. Ja. Wir haben uns jetzt kräftig umgerührt. Man sieht, du bist eine Salatmacherin, gell? Genau, hier ist ein Salatmacherin. Okay. Okay. Gut gemacht. Gut. Bumm. Bumm. Die erste. Genau. Oder der erste. Der oder die erste, genau. So, lies vor. Was steht da oben? Ich hoffe, du kannst es lesen. Ja. Das hoffe ich auch. Die Chora Stryker Date. Okay. Chora Stryker Date. Du hast auf Facebook kommentiert. Du bist die erste Person, die ich benachrichtigen werde. Und wenn du Zeit und Lust hast, am kommenden Samstag, dann werde ich dir die Balmamo vorstellen. Ja, unbedingt. Live und in Farbe. Dann trinken wir ein Glas Sex zusammen an der Bar nach Mitternacht. Alles klar. Alles super. Gut. Dann nehmen wir noch vier Ersatzkarten. Das machen wir. Und... Ja, aber die werden wir jetzt nicht vorlesen. Oder doch. Wären wir es vorlesen. Die quälen sie sonst umsonst. Achso, dann machen wir es nicht. Dann ziehen wir einfach mit. Genau. Die Chora ist ja die erste. Genau. Und ich werde jetzt ganz geheim... Das ist jetzt nicht cool, ich weiß es, aber... Gibt es Kommentare im Livestream? Wo es geht irgendjemand was? Drei Leute 20. Alles klar. Ja. Gut, dann ist da runter. Puh. Ja. Sehr gut. Ja, Facebook war auch sehr aktiv. Aber YouTube eigentlich auch sehr. Ah, Instagram. Wunderbar. Wunderbar. So, dann haben wir eine gute Mischung. Hörst du, noch vier? Genau. Also Cora, wenn du das nicht siehst, wenn wir dich nicht erreichen, dann... ist der aber die glückliche Nächste in der Reihe. Und wir werden noch nicht verraten, wer das ist. Also ich bin schon gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Freie mich total auf den Ball. Wir haben alles gut in Vorbereitung. Selbst das Wetter haben wir im Griff. Es wird sonnig werden am Samstag. Es hat 15 Grad. Nachts ist es ein bisschen kühler. Aber es werden ja auch Zelte aufgestellt. Also es wird die Ballnacht der Ballnächte. Es wird großartig. Cool. Ja, wunderbar. Ich freue mich schon. Ich freue mich, mit euch da hinzugehen. Und ja, ich werde natürlich auch berichten vom Ball. Ist eh klar. Super. Das war cool. Auf Gebärdensprache, wie geht es cool? Ja, genau. Cool. Das ist Gebärdensprache cool. Alles klar. Das ist das C, das A und das O und das L. Cool. Okay, cool. Cool. Ja. Cool. So rum. Genau, so rum. Okay. Cool. Ja, ich krieg's nur. Das wird schon. Perfekt. Ja gut, danke fürs Reinschauen. Das war die große Verlosung. Und ich danke dir. Ich danke dir, Martin. Und? Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Ballabend. Genau. Passt. Euch auf YouTube. Danke fürs Zuschauen. Baba. Liken nicht vergessen. Und schaut dann beim Diversity Ball YouTube Kanal vorbei. Das stimmt. Genau.